So, wir könnten durchs Haus. Jetzt ist die große Frage, wollen wir durchs Haus? Wollen wir sneaky durchgehen? Wollen wir beispielsweise ein paar Leute ärgern? Wie zum Beispiel... Ne, so nicht. Sondern so, dass er denn... Ach, wie? Er ist gestorben hier. Also... Was? Wie nennst du mich denn? Drecksviecher, ich glaub's ja. Mal gucken, wie lange du da bleibst. Tschüss. Ja, das macht er aber auch nicht gleich lange, weil... Oh, Preise. Wieso ihr? Was ist denn jetzt? Jetzt flüchtet er doch? Okay, er flüchtet. Okay, wait, wait. Für den haben wir auch wieder was? Hä? Wie hat er denn uns jetzt gesehen? Meinst du? Da ist ein... Ich bin mal ganz kurz weg. Ganz kurz. Ja, wir sind jetzt weg. Meinst du, ich bleib da stehen, oder was? Passt ja nicht mehr alle Freundchen. Warte mal, wir könnten euch jetzt eigentlich hier lang gehen, oder? Beziehungsweise erst mal hier. Hier ist ja auch nochmal ein bisschen Lootstuff. Guck mal hier. Hat sich doch gelohnt, hierher zu gehen. Oh, oh. Nein, nein, nein. Ja, warte. Was? Nein. Sind wir nicht. Schafsköpfe? Soll das eine Beleidigung sein? Hier scheint's wohl nicht weiter zu gehen. Okay. Warte kurz. Kurz Überblick verschaffen. Wo ist er denn jetzt hin? Ist er hier? Nee, ne? Hier ist er nicht. Wie ist er Loot? Lalalala. Okay. Äh, gut. Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Warte kurz. Ich muss ganz kurz fluten. Dann können wir gleich nochmal spielen. Okay. Oh. Okay. Let's go. Okay. 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 naja schade für ihn hier scheint es wohl nicht weiter zu gehen ja gut aber so kommen wir eben Step by Step immer weiter vorwärts finde ich gut können wir hier nochmal kurz gucken ob wir hier nochmal so ein bisschen Loots da finden weil ich glaube hier waren nämlich auch nochmal Kleinigkeiten sehr gut sehr gut da ist er so was haben wir hier einen mit einem dicken Panzer da ist wieder eine dicke Kiste da hinten haben wir ein, zwei Leutchens okay oh, mal hier vorne haben wir ja auch noch wen ach du Heilige so jetzt wäre natürlich geil so ein Kanister, den man anzünden könnte das wäre jetzt richtig richtig nice vor allem die bewegen sich auch recht flott also die sind echt gut unterwegs die Jungs das heißt es wird gar nicht mal so einfach jetzt hier so sneaky durchzukommen ja, wie macht man das am Tübsen können wir nochmal ganz kurz hier rausklettern mal hier unten gucken ob ich hier irgendwie noch weiterkomme oh, was ist das hier? gut, hier bin ich durch ach nee wie denn, wie hat er uns denn gesehen? wir sind doch das kann mir doch keiner erzählen wir sind doch hier gerade komplett gedungt gesneakt komm, also ne wobei vielleicht gar nicht so verkehrt wenn er jetzt hier hochkommt also je nachdem wo er hochkommt können wir jetzt auf der anderen Seite runter also irgendwas stimmt mit dir nicht das hat er nicht gesehen er hat nicht gesehen von wo wie denn so, irgendwo muss ich doch jetzt noch einen weiteren Punkt haben wo ich seine Rüstung Step by Step auseinanderklappüster jetzt sagt mir nicht dass es auf der anderen Seite ist das war gar nicht gewollt was macht er denn? oder? als ob er uns gesehen hat so, irgendwie sind die Gegnertypen heute komisch na gut wie? also bis jetzt ist ja noch nicht einer einziger hierher gekommen okay bin ich hier durch? ne, schade hey was ist mit den Gegnertypen los? ich habe damit kein Problem wenn die einfach random irgendwie komisch laufen oh, der tat weh okay laufen weiter oh, nein nein, 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 nein okay Rennen war keine gute Idee der Sneak Part war einfach einfach was nicht stimmt what the fuck ich fange hier hinten wieder an? ernsthaft? lol jetzt muss ich den ganzen Kladderadatsch nochmal machen das ist ja mal gar nicht gut naja, okay, gut dann machen wir das diesmal ein bisschen anders okay, okay, okay ich hätte gedacht dass ich wenigstens da hinten irgendwo ein Savepoint hätte aber nein oh, Spaß dabei ja, passiert so, hier war der Roller da drin, oder? okay, hier ist keiner drin ich hoffe, Sophia lebt noch ich würde gern mal jemanden kennenlernen der uns nicht umbringen will das wäre schon schön so könnte ich okay okay, Aber halt so... So, wie mach ich das mit ihm? Ihm könnte ich jetzt... Ja! Okay, ist jetzt ein anderer Weg. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. So... Hallo? Sind wir da? Okay, 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 okay... So, da wir da keine Ratten haben. Naja, wir könnten welche spawnen lassen. Okay, der ist egal. Der ist halt nicht egal. Der ist... der ist tricky hier, der Typ. Ah, was mach ich mit dir? Ich bin hier. Ach, ist doch scheiße. So. Das heißt, wenn... Der geht jetzt nach hinten. Der Große, der wird sich jetzt auch gleich umdrehen. Der dreht sich um, geht jetzt hier lang. Das heißt, ich kann dann hier rüber hüpfen. Entsucht. Entsucht. Guck! Entsucht. Er... Ehr... Das war gut. Scheiße. Scheiße. Hoffentlich bin ich dann noch am Leben. Okay, also wir müssen... Scheiße. So, er geht jetzt seine Runden. Er pendelt da hinten hin. Er pendelt da. Das heißt, ich kann doch jetzt hier schnell runterhüpfen, oder? Hüpf doch! Ohohohoho. Okay. Okay. Wait a second. Wait. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Müssen wir nach da weiter, oder müssen wir nach da? Okay, von oben kann nichts kommen. Der und der sind da, plus der da hinten, der noch blöd guckt. So, der geht jetzt weg. Die gehen alle weg. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier runter schnell. Lalalala. Die Kacke ist, ich muss da rein. Wo er jetzt hier durch patrouilliert. Also, wäre jetzt meine Vermutung. Das heißt, wenn er zurück steppt und er zurück steppt, steppe ich da hin. So, jetzt ist das natürlich asynchron. Weil jetzt ist... Red dich um. Okay. Er dreht sich um. Er hinten, er sieht uns nicht. Ganz klar kriegt der Typ davor, der davor patrouilliert, kriegt gar nichts mit. Ja, auf gar keinen Fall. Nein. Nein, nein. Hat er nicht gesehen. So, wir müssen mal hin. Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wir tun, was wir können. Wenn wir ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Und Sophia auch. Immer diese Aggression. Immer diese... Ne? Das muss doch nicht. So, können wir hier noch irgendwas... Was ist das hier eigentlich? Kann ich das hier öffnen? Nein. Schade. So, lass mich raten. In der Bergbahn kann ich natürlich nichts herstellen. Weil ich habe natürlich noch nichts weiter gefunden. Hätte mich auch gewundert. So, das heißt, wir müssen jetzt als nächstes hier hoch? Ja. Was ist das hier? Sehr gut. Stuff. Vorsicht, es geht runter. Gut, gut. Okay, jetzt gehen wir hier runter. Gibt es hier noch irgendwelche Kleinigkeiten, die wir übersehen? Nein. So, in Gebäuden fühle ich mich witzigerweise immer sicherer, als wenn ich draußen rumrenne. Das ist soweit man das hier Gebäude nennen kann. Ruine, Gebäude. I don't know. Was für ein Schwein? Der! Der! Arno. Der! Arno. Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Ja. Hoch! Alles klar! So, können wir, können wir von hier aus snipen? Würde das... Mh... Nein. Und so... Funktioniert leider nicht. Okay. Oh Gott. Das ist ja geil. Oh Gott. Das hat ja gar nicht gut geklappt. Hä? Warum? Wir gehen nach Hause. Okay. Wait a second. Ich habe noch Extinguis. Ich helfe euch. Ja! Extinguings. Extingu... Extinguos. So. So. Ja, dann... Kann ich den nicht immer freien oder was? Was ist hier los? Halt durch, Amicia! Du schaffst es! Lol, das ist ja... Warum denn so viele? Hört doch auf! Scheiße. Weit a second. Wir beruhigen uns. Ganz kurz. Scheiße. Und auch nicht. Ja, das frage ich mich auch gerade, was ich hier gerade mache. Ist ja gar nicht so gut gewesen bis jetzt. So, wait. Wait. Komm mal her. Nein! So, wait. Ich hab' keine Dings mehr. Ich hab' keine... Pfeile mehr. Ich brauch' Pfeile. I need... Arrows! Ganz schnell! Nein! Was noch? Ich blende ihn! Ja, äh... Ja, mach's doch! Dann blende ihn doch auch! Oh Gott! Okay, ich bin tot. Ich dachte jetzt wenigstens, äh... Ich dachte jetzt wenigstens, äh... Ich kann mir nur noch kontern oder so. Geht das ... Da kommt noch mehr! Ich prob' einen dann sofort bei mir! Da kommen noch mehr! Ich will mal den Tod um jeden Fall! Halt durch, Amicia! Ja, du schaffst es. Ja. Sie kriegen Verstärkung. Oh, schau mal. Okay, der Große ist schon mal weg. Na los, pass die Hand langer fertig. Was mache ich hier denn gerade? Gute Frage. Ich muss den anderen Großen auch erstmal wieder wegkriegen. Ich mag den Großen nicht. I don't like. Warte mal, kann ich eigentlich? Warte mal. La 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 la. Was machst denn du hier? So, warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich will mal was ausprobieren. Äh, wait. Wait a second. So, warte kurz. Äh, wieder hier wechseln. Ach, ich hab'n Brandpfeil genommen? Das war natürlich dämlich. Zed was very... Hohohohoho. Also, du hast halt auf jeden Fall einen Boom gemacht. Ja. Was ist so... ...die gedacht, mein Freund, ne? Scheiße, ich hab'n durchgerannt. Okay. Äh, hier. Nimm doch. What? Von wo kam der denn? Was? Dick, also... Warte mal, jetzt mich mal hier ordentlich hinsetzen, Freunde. Halt durch, Amicia, du schaffst es. Ja. Sie kriegen Verstärkung. Ha. 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 Wie, das reicht nicht aus, um... Ich krieg' die damit nur geblendet? Okay. Ich krieg' die damit nur geblendet. und natürlich gar nichts gemacht sehr gut ja wirklich sehr sehr hier ein ja jetzt erstmal den noch ab ähm so wir kommen jetzt hier hin gott da ist er jetzt kommt der andere schon wieder hier der kack ich ja wie viel denn noch ist also die kriegen dich nicht über versprochen dieser kleine ja wird aber zeit eigentlich mal die passage geschafft jetzt kommt noch mehr natürlich okay Zum Glück ist der auf unserer Seite. Guterherz, alles gut? Achso. Wir nehmen jetzt den Typen damit. Und dann verschwinden wir hier ganz schnell von dieser Insel. Aber ganz schnell. Och, das war aber auch ein Befehlston. Komm mit! Nichts mehr zu trinken. Sophia hieße, genau. Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst ne Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werd dann mal. Ja, aber es ist nicht gut. Kein gutes Thema. Die Mutti. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Hm. Also mit der Zeit. Die Narben. Werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. sp historical builder. SprecherщikWhy Ich suchefarbe. Ich suchefarbe. Vielen Dank.